Heute müssen Kasper und ich unendlich stark werden, denn wir werden nämlich zu Buddy-Bildern. Wir starten so dünn wie ein ganz kleiner Stift und werden extrem breit. Schaut bis zum Ende und los geht's. Was bist du so abgemagert, Kasper? Oh, mir geht's gar nicht gut. Ich werde auch in der Schule nur gemobbt, Alter. Ich bin echt ein Lauch. Lass mal richtig breit werden. Wir müssen extrem breit werden, Leute. Und hier vorne können wir sogar direkt anscheinend ein bisschen an die Muckibude hier gehen. Guck dir das mal an. Komm, Alter, wir trainieren. Ich will mir hier nichts mehr ändern, deswegen werde ich... Alter, ich trage krass Beine, Kasper. Ganz krass Beine. Ich auch. Ich will wirklich zum richtigen Ochsen werden hier heute, Alter. So, komm weiter. Okay, das Ding ist aber, wir haben noch... Ich habe gerade sogar vier Geschenke bekommen, ne? Oh mein Gott. Ich sehe es gerade. Oh nein, was gerade aufgemacht wird. Oh mein Gott, was bekommst du hier alles? Ich habe Epic gerade bekommen. Was? Was kriegst du? So, und ich glaube, wir können jetzt hier... Oh ja. Mal hier die schönen Krippen, Leute. Die Haustiere. Alter, jetzt hast du schon Haustier bekommen? Okay, warte mal, ich auch. Zwei Stück sogar. Und 13 Wins. Und... Oh, tolle Biene, eine normale, Alter. Was ist das denn? Oh, ich habe auch noch eine Biene gerade bekommen. Also jetzt habe ich drei Haustiere einfach. Wieso hast du schon so viele? Ich habe gerade mal vier Daily Rewards, Alter. Was hast du denn, Bruder, schon so viele Sachen tun? Ja, du musst ja auch die krassen Wins dir abholen, ne? Also, pass auf. Wir haben jetzt zwei Tiere. Wir müssen auf jeden Fall richtig, richtig krass werden. Dafür müssen wir auf jeden Fall hier, bei der anderen Hantel, du siehst es vielleicht, unsere Brust trainieren. Es geht ja nicht nur, wenn du deine Arme oder deine Hantel trainierst. Ah, okay, das heißt hier. Genau, hier ist ein Null. Oh, Alter. Bizeps, Brust, Alter. Ich gehe auch gerade richtig krass ab jetzt hier gerade, ne? Und wie viel Stärke hast du jetzt gerade insgesamt schon? Ich bin jetzt schon bei 550. Ich bin jetzt hier gerade bei 600, 700, 800, 1000. Okay, pass auf, pass auf. Warte, wir haben auch Quests. Ich sehe es gerade. Ah, wir haben auch Quests. Hier können wir nochmal machen. Normal Gewichte trainieren. Hier, zack. Mit den normalen Hanteln hier, siehst du? Damit können wir den Bizeps trainieren. Hier vorne musst du dir eine Hantel holen. Ah, okay, okay. So eine Kurzhantel und dann kannst du damit richtig schön... Alter, wo ich schon raussehe. Ich werde schon breiter als du. Gar nicht, du bist überhaupt nicht breiter als ich. Du bist genauso dünn wie ich. Okay, und wir können einfach gegen den Nerd da hinten direkt schon kämpfen, ne? Alter, es gibt sogar auch verschiedene DNAs und sowas, ne? Ich sehe das, ich sehe das. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall schon mal gegen den Nerd kämpfen. Gegen den Nerd willst du kämpfen? Wo ist der? Oh, ich schaue dir die Bücher aus der Hand. Oh mein Gott. Okay, ich schaue jetzt auch gegen den. Mal gucken. Alter, ein Win bekommt man einfach nur dafür, ne? Was macht man da? Ein Win nur. Was? Ein Win nur. Das ist doch... Was macht man denn da? Start tapping? Achso, wer... Da muss man besser Bodybuilder sein. Ah. Okay, ein Win lohnt sich aber gar nicht bei dem. Weil ich mal jetzt hier Auto-Training. Ich muss ein bisschen meine Beine stärker machen. Wow. Okay. Okay. Was überlegst du dir? Was holst du dir, hm? Ne, ich gucke gerade nur mal was. Und zwar kann man einfach mal hier vorne. Ich mach mir gar nichts. Man kann hier vorne einfach mal ein bisschen weiter trainieren. Boah, so. Alter, so echt. Ich hol mir jetzt hier gerade Best-Value-Bundle. Was hol... Wie, was? Bro, was kaufst du dir für Robox schon wieder was, oder was? Digga, wieso holst du dir auf einmal irgendwelche Sachen schon wieder, Alter? Das war ja auch schon so. Ich hab gar nichts geholt. In welchem Bereich bist du gegangen? Ja, ich bin jetzt gerade bei der Langhandel zum Liegen. Ah, okay, okay, okay. Also du machst gerade... Alter, selbst Training jetzt hier gerade, ne? Richtig krass am Start. Und ich sehe gerade, man hat hier... Alter, man kann hier auch Auto-Hedge und so. Was ich hier alles kaufen kann, ne? Ja, Mann, ich sehe es auch gerade, Alter. Wo können wir uns, äh, wo können wir uns Pets holen für die Wins? Wo geht das? Oh, oh, ich hab einen Lucky-Potion gerade bekommen. Oh Gott, hier vorne geht das. Wusstest du das nicht? Ich hab' nicht gesehen. Ich hol jetzt erstmal ein Ei hier vorne. Ja, normal. So, warte mal. Jetzt muss ich hier mein... Öffnen. ...mein Dings einfach aktivieren. Ich hab gerade einen Lucky-Potion bekommen. So. Oh, ein Cyborg. Hab' ich schon. Nochmal. Und mit dieser Lucky-Potion jetzt hier gerade, wird jetzt hier mal ein richtig krasses Ei geöffnet. Komm schon, bitte. Bisschen Glück jetzt hier. Wieso hast du schon über 1000 Wins, Digga? Alter, was ist mit dir los, Mann? Ungewöhnlich? Ey, was soll das denn sein? Das ist schon wieder so ein krasses... Du holst dir da irgendwas Krasses. Die hat sich Bürobachse oder so. Echt? Das ist doch kein Lack, Alter, was ich hier bekomme. Mal 15 gibt der... Oh mein Gott. Ich krieg dreimal dasselbe Ding. Das ist doch schlecht. Verdient. Ach, 50 Prozent. Was soll das denn für ein Lack sein? Verdient. Aber es gibt Lack 1, Lack 2 und Lack 3. Ah, okay. Alter, wie schnell ich hier den Beats-Labs trainier auf, ne? Bam, 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 bam. Oh mein Gott, Alter. Diese Tiere sind richtig krass. Alter, ich bin ein richtiger Bizepser. Alter, wie krass sehen die aus? Auch dreimal die gleichen. So, ich muss ein bisschen meine Brust trainieren jetzt hier. Ahu. 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 Alter, ich sag's, wie es ist, ne? Trainierst du auch so schnell bei dir? Trainierst du dir so schnell? Ich trainier auch richtig schnell. Wenn du mal ein Außertrain hast, trainier ich richtig schnell. Meine Beine jetzt trainieren. Alter, jetzt geh ich richtig ab, grad, ne? Alter, ich geh richtig ab. Ich geh auch ab und ich werd jetzt mal einfach gegen den Mobber kämpfen, ne? Gegen den generellen Schuhlmobber. Aber ich glaub, gegen den bin ich schon stark genug. Mal gucken. Guck, geh ich nach Autofight jetzt hier. Wen kann ich denn investen? Wer ist denn hier stark genug, hä? Wer traut sich? Schuhlmobber, das war's mit dir. Alter, der hat keine Chance. Alter, ich könnte hier gegen diesen, gegen diese Gym Red. Boah, der ist gleich stark. Der ist gleich stark. Der ist auch nicht schlecht, ey. Der ist auch nicht schlecht. Was glaubst du, wie viele Wins bekommt man dadurch jetzt durch die? Gegen den Schuhlmobber oder gegen welchen? Komm schon. Durch die Gym Red bekommst du 25 Wins. Das ist ja gar nichts. Alter, der Schuhlmobber, der ist so stark. Ich muss ihn einfach besiegen. Ja, sechs Wins. Absolut, man kriegt ja absolut gar nichts, Alter. Ah, der Feat mit Stone. Ah, okay, warte, wir müssen jetzt hier gegen, müssen hier diesen krassen Typen besiegen. The Stone ist, glaub ich, der krasseste, ne? Alter, wie soll man denn? Alter. Wie kannst du den schon besiegen? Ich hab gerade, also, wie, also. Ich kann ihn, ich kann ihn doch nicht besiegen. Der braucht 31 Millionen, braucht man da gefühlt. Ist da irgendwas gekauft, Alter, oder was? Schon wieder los hier. Wollen wir eine Million oder so bei dem? Nur Bizeps, sondern ein bisschen trainiert noch hier, ne? Das ist ein bisschen... Ja. Ich glaub, ich kaufe mir hier ein Robux-Ei. Ein Robux-Ei? Ich hab gar keine Robux zur Zeit, das hab ich eben gesehen. Oh, komm, ich kaufe jetzt... Komm, ich bitte ein Dominus-Egg. Komm schon, 200 Robux, Leute. Ich seh's gerade, Alter. Wird was krasses. Wird was ganz schlechtes. Wird was ganz schlechtes. Wird was richtig krasses. Wird was ganz, ganz schlechtes. Wird schon was episches oder so. Wird was schon... Legendary. Nein! Das kann doch nicht sein, sag mal. Oh mein Gott, das war 10% Chance. Oh mein Gott. Was kriegst du sowas krasses, Alter? No joke. Jetzt geht's hier richtig ab, Leute. Oha. Ich muss hier, glaube ich, noch meine Brustbrüsten trainieren. So. Hier ein bisschen Power, Leute. Bisschen Power bekommen. Musst dir auch mal so ein Ei holen. Ich hab nicht genug Robux. Ich hab da nicht genug Robux. Hä? Du hättest ja aufladen müssen. Warte mal, man kann doch rebirthen sich gerade. Aber... Wo? Und da? Hä? Man braucht dafür 30.000 Wins? 30.000 Wins, Liga. Also wirklich sehen die aus, als wäre ich irgendwie größer oder was? Also würde ich hier die 1.000 Wins haben oder was? Okay, ich muss deine Beine auch ein bisschen dingsen. Meine Beine auch fett trainieren. So. Wie stark bist du jetzt gerade? Oh, warte, wo hieß die Quest? Claim? Nee, okay. Wo bist du gerade? Ich bin jetzt gerade 20 Millionen Stärke. Bro! Du bist so ein Pranker, Digger. Du gesagt, ich bin mit ein Robux-Ei. Ich bin 50.000 Stärke. Wie kannst du bei 20 Millionen sein, Digger? Macht null Sinn. Hä? Ich hab mir ein Robux-Ei geholt. Ja, und deswegen bist du direkt... Guck mal, The Rock. Alter, ich hab... Das soll The Rock sein. Du sagst einfach Stone. Ja, da steht auch Stone. Ja, aber vom Gesicht her ist das doch Save The Rock. Das sieht man doch. Ach so, das ist The Rock. Ja, ja, okay. Das sieht man echt. Alter. Ja, du musst ja ein bisschen mehr trainieren hier, ne? Also... Digga, was ist mit dir denn los? Also wirklich, er holt sich hier irgendwas direkt 20 Millionen Stärke. Ich hab mir ein Robux-Ei geholt hier für 200 Robux. Mehr nicht? Ja, ja, ja. Du hast dir sowas von irgendwas anderes gekauft, Alter. Ich kenn dich. Wir können ja traden. Ich kann dir ja was abgeben hier. Ja, gib mir mal was von deinen krassen Austieren. Na, meine, bring mal zwei. Also wir müssen die Beachworld freischalten, um zu traden. Alter, unglaublich. Ah, jetzt hab ich dir jetzt was gegeben, ne? Jetzt hab ich dir jetzt was gegeben. Digga, also er hat hier einfach irgendwas für Millionen, Alter. Also, ey, das ist ja wirklich... Gar nicht. Bro, er kauft einfach irgendwas, damit er das Spiel direkt schon durchgespielt hat, Digga, nach einer Sekunde. Durchgespielt? Hast du mal gesehen, wie viele Welten es gibt? Es gibt extrem viele Welten. Ja, aber so, weißt du, was ich meine, Alter. Mit 20 Millionen Stärke, Alter. Ich bin grad mal bei 100.000 Stärke. Alter, aber hab ich denn... Hey, warum hab ich auf einmal so viel Stärke bekommen? The Rock beziehe ich jetzt ganz kurz hier. Ohne Probleme. Was hast du nicht bekommen? Ich hab ein Bronze Key bekommen. Oh, okay, nicht ohne Probleme. Der ist richtig stark, aber... Ja, ey, man kriegt doch 400 Wins dafür. Warte mal, als nächstes Geschenk kriegt man in 5 Minuten dieses... So mal 500 Haustier. Oh, ich seh's gerade, stimmt. Alter. Okay, das kann man mal mitnehmen. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Das ist ja... Komm schon, jetzt muss ich gegen The Rock wieder kämpfen, Leute. Und dann brauchen wir ein bisschen... Alter, jetzt... Guck mal hier, easy peasy, Alter. Oh mein Gott, Kasper. Du glaubst nicht, dass du... Das hättest du wissen müssen. Was hast du geholt? Was hast du dir geholt? Das hättest du wissen müssen. Sag doch! Warte, ich weiß gerade noch nicht. Ich bin doch gerade im Kampf hier. So, man kann nämlich, wenn man jemanden, glaube ich, wieder einlädt, kriegt das so ein Geschenkzeichen, weißt du? Ja, ich hab dich schon eingeladen, Bro. Hast du vielleicht vielleicht schon nicht gesehen, aber... Ehrlich? Ja? Also, echt? Und er sagt nichts. Haha, du bist ja normal, Alter. Hab ich dich eingeladen. Schon 10 Mal hier gefühlt, Alter. Er sagt nichts. Wie du schon aussiehst. Du bist 63 Millionen stärker, Digga. Du, das ist... Also... Ich verstehe dich nicht. Ich bin hier der... Hast du 30 Millionen? Ich hab 66 Millionen. Ah. Ich hab 66 Millionen, Alter, weil du hier einfach alles kaufst. Warum bin ich gerade so stark, Alter? Ich bin ja richtig stark. Ja, wegen deinen gekauften Haustien, Alter. Ich kaufe mir auch einen Hund, der direkt alle Kämpfe für mich macht. Ja, aber so stark war ich ja eben noch nicht, eben, ne? Aber irgendwie, man braucht halt auch die Wins, weißt du? Das ist halt das Ding. Ich hab mir was anderes entdeckt, eben. Ich hab mir was anderes entdeckt, wie man auch auf ehrlichen Wege hier durch Kämpfe... Wieso? Was hast du entdeckt, ha? ...an krasse Haustiere kommen kann. Ja, das rate ich dir jetzt aber nicht, Alter. Weil du sowieso schon so krass unterwegs bist. Dir ist schon klar, dass ich dir auch Geschenke machen kann, ne? Nee, noch kannst du dir gar nix machen, Alter. Noch, du schenkst dir wahrscheinlich... Du schenkst dir so ein Haustier, Digga. Das gibt mir mal zwei oder sowas. Ja gut, dann halt nicht. Ich geh mal... Ich geh mal ganz kurz sonnen, ne? Ich muss mich mal ganz kurz sonnen gehen hier. Alter, bist du schon im Strand? Alles klar, komm. Hey, keine Scheune, was ich überhaupt entkomme. Ich könnte dir ja was schenken, wenn du nett wärst. Alter, aber hier... Schenk doch mal, schenk doch einen von den Krasse aus hier. Alter, aber hier... Oh mein Gott, was? Hier muss man ja... Oh mein Gott, ich kriege mal hier. Wieso, was hast du gesehen? Was hast du, ha? Nee, ich verrate das nicht, Digga. Das hast du safe. Ich muss hier nur kurz... Alles gut, alles gut. Ich sag nichts. Wie? Was hast du bekommen, ha? Nee, noch hab ich gar nichts bekommen. Ich muss noch zweimal campen und dann krieg ich was richtig seltenes, was ich nicht für Robux kaufen kann. Was? Tja, jetzt sind wir immer mal ein bisschen trainiert. Bei den Quests oder was? Nee, was anderes. Win 10... Hä, was denn? Das sag ich dir nicht, Digga. Sag doch Bescheid. Nee, 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 nee. Ich bin im Gym. Mal gucken, wo bist du denn hier am Romantieren, ne? Ich trainiere hier nur gegen den Nerd, Digga. Alles gut, ich mach hier nur einen krassen Kampf. So, und jetzt gucke ich mal. Hä, und was sollst du jetzt da bekommen? Oh! Nein! Und jetzt? Hä? Ich meinte das Questing, aber es geht nicht. Ja, weil du noch warten musst. Ey, was ist das denn? Das hab ich nicht gesehen. Hä? Also, ey, also, ey, du hast grad mal 10 Mal nur gewonnen. Ja, jetzt schenk mir. Schenk mir was, bitte. Das wär korrekt. Also, echt, ne? Also, du, wirklich. Wie sollst du, dass du ein Haustier nicht bekommen in einem Video, oder nicht? Dieses Legendary Haustier. Das dauert bei mir noch. Ich bin danach hier raufgeschönt. Du bist ja hier schon 10 Minuten oder so, Alter. Nein, du bist doch voll nah mir reingekommen. Also, hier steht noch zwei Minuten, dann krieg ich das. Ja, siehst du, guck mal, dann, äh... In der Zeit trainieren wir rüber, weiter. Ja, ja, trainieren wir weiter. Ich bin jetzt ja auch gerade krass am weiter trainieren. Ich glaube, man kann ja auch gegen so richtig krass, gegen so ein Hai und so kämpfen, sehe ich gerade, ne? Einen Hai? Ja, ja, die sind richtig brutal aus. Und ich glaube, uh... Ich glaube, ich hol mir mal ganz kurz hier so einen kleinen Spin, Leute. Mit ein bisschen... Ja, was für Spin, Alter. Was willst du denn da schon wieder, sag mal? Komm schon. Ich kaufe, ich kaufe, ich kaufe. Was anderes höre ich gar nicht mehr von dir. Mr. Robux. Warum hab ich nur Spins? Was soll das? Ist er gekauft? Wo ist mein Spin? Ich hab auch einen Spin, sehe ich gerade. Und? Hä, warum hast du einen Spin? Ja! Ah, 500 Wins bekommen! Nimm mal mit, ey. Nimm mal doch mit, so. Ey, ich hab noch einen gekauft. Ich hab mal Robux auszugeben und keinen Win bekommen. Oh, ich hab noch einen Spin bekommen! Digga, ich krieg, glaube ich, deine Spins! Oh mein Gott, ich hab's gekauft, Alter. Ich hab eingeschleppt... Ah, Alter, ich hab dir Geschenke gemacht. Na gut. Oh mein... Danke! Alles, was ich gekauft habe, war für dich. Ja, ja. Als wenn du mir das jetzt einfach gekauft hast, wie korrekt? Danke. Gern geschehen, gern geschehen. Ich kaufe mir mal noch ein krasses Haus hier, wenn du sowieso schon dabei bist. Nö. Ah, unkorrekt, Alter. Ich werd für immer der Lauf sein. Also hab ich dir beide Wins... Hab ich dir beide Wins gekauft, Alter. Wieso... Ja, man, da hab ich mir gewohnt, wieso ich die auf einmal bekommen habe. Oh, ich hab jetzt gerade das Haustier bekommen. Warte. Äh. Also das aus dem Freeding. Das ist richtig krasse. Ah, okay, okay. Dominus Frigius. Alter, ich seh' gerade, wenn man sich fünf Tage in Folge eingeloggt hat bei dem Spiel, dann bekommst du, guck dir das mal an bei Daily, guck, was du am Ende bekommst. Ein Haustier, was dir mal 900.000 gibt. Alter. Ah, neun, Alter. Was? Junge. Okay, das ist richtig krass. Das ist echt richtig brutal. Was krieg ich denn jetzt hier? Wenn ich jetzt ein bisschen Bizeps trainiere... Oh, ich krieg jetzt schon richtig viel jetzt hier gerade, ne? Ich bekomm ja richtig... Hier kann man auch da trainieren. Das sind doch so VIP-Trainer und sowas. Weiter trainieren, weiter trainieren, weiter trainieren hier. Alter, man soll hier 1 Million Wins bekommen für die nächste Welt. Winterwelt. Na, das dauert ja Ewigkeiten. Winterwelt? Warte, ich trainiere hier gerade komplett durch. Ich kann hier wirklich von Bank zu Bank gehen. Ah, das ist Index. Irgendwo muss hier eine goldene Maschine sein, um meine... Ja. Um die Haustiere zu dingsen, weil ich hab, glaube ich, drei von diesen krassen Dingern. Oh, die Chance ist nicht so gut dann, ne? Komm schon, ich mach die jetzt rein hier. 1, 2, 3, bitte. 60% Chance. Was hast du dir da? Was holst du dir da? Ich hab den verloren. Das ist super gut. Ich hab schon wieder einen Spin. Hast du mir den gekauft? Ich hab einer meiner Haustiere verloren. Ne, ich hab golden. Ich hab doch ne. Ich hab golden. Das hat geklappt. Golden schicken. Ich krieg jetzt den Spins, Alter. Ich bin jetzt auch schon 5 Millionen stärker, Alter. Ich bin hier gerade richtig... Ich hab auch jetzt gerade einen Spin bekommen. Der ist auf jeden Fall gratis jetzt gerade. Mal gucken, was krieg ich. So, hier kämpf ich jetzt gegen den. Oh, ne Potion. Ne Luck Potion, ja toll. Bro Lee heißt er einfach. Bruce Lee. Und ich hab dich platt gemacht. Easy. So. So, ich bin jetzt hier fett am trainieren. Jetzt hab ich auf jeden Fall... Ich bin jetzt hier richtig stark, Leute. Gegen den Surfer wird jetzt hier trainiert. Der Sunny Boy, Freunde. Der Sunny Boy. Der wird hoffentlich keine Chance haben. Oh nein. Er macht mich fertig. Meine muss ich trainieren. Er macht mich fertig. Er macht mich fertig, Leute. Ich hab verloren. Hey. Sehr gut. Ich glaub, er macht automatisch Rebirth. Also, das macht er automatisch, ne? Bei 30.000 Wins? Ich kann mit dir jetzt traden. Ah, ne. Du bist noch nicht auf der Dingens. Besonders auf der Insel. Ich brauche noch übel zu lange, bis ich da drin. Also, ich werde dir weiter Beine trainieren. Du kannst ja bei dir bleiben. Ich muss ja erst mal wieder stärker werden. So, ich muss jetzt hier auch schon ein bisschen Brust trainieren, Freunde. Die ist ein bisschen am Nachziehen, glaube ich. Alter, Beine, Beine, Beine. Boah, ich kriege schon richtige Muskeln an den Beinen auch, ne? Alter. Ich sag dir, ich bin jetzt auch gerade richtig krasse Squats hier am machen, Leute. Richtig hier Beinarbeit. Hier richtig am Start. Ich hol mir jetzt mal ein Haustier und wenn ich da was Schlechtes bekomme, dann muss ich Hier will ich mal wieder traden. Alter, was? Pink Atzelote. Zwei davon. Komm schon. Komm schon. Und. Besiegen. So, das habe ich. Was hat er trade? Er macht keinen Trade. Ich dachte, ich ziehe ihn voll die krassen Haustiere ab, Leute. Ey, der wollte dich pranken wahrscheinlich. Nein, der hat mir richtig krasse gegeben, Alter. Richtig krasse gegeben. Und ein Surfer. Bitte. Jetzt aber, Leute. Jetzt. Oh, wie viel kriegt man durch? 5000 Wins, Leute. Das ist richtig krass. Was? Hast du bekommen? Durch ihn? Ja, ja. Durch einmal, durch einmal Dingsen. Durch einmal Fight, äh, kämpfen. So ein Sunny Boy, Leute. So ein Sunny Boy. Ich hol mir jetzt nochmal ein Ei für 1000 Wins, Alter. Und dann war es das. Ich hol mir jetzt auch nochmal ein Ei für 20.000 Wins. Mal gucken, was... Bitte was krasses, bitte was krasses, bitte was krasses, bitte was krasses, bitte. Nein. Das ist Kokosnuss-Ei, Leute. Nein. Mal gucken, was... Hier fehlt mal ein Noob bleiben. Was kriege ich hier, bitte? Oh, ungewöhnlich. Ich bin da Lucky Potion, Leute. Und was ist das denn? Entschuldigung. Entschuldigung. 400 Mann. Alter, Roxo. Alter, was machst du mit dem Panzer, Kaspar? Junge, was geht ab? Du, ich wollte hier mal ein bisschen Panzerfahren üben. Und ich seh' dich, hey. Ich kann damit auch schießen. Ja, ja, aber das Ding ist, wir sind heute mal nach langer Zeit mal nicht gegeneinander, sondern wirklich mal zusammen. Nee, nee. Gegen die anderen gegenüber. Über der Brücke ist was passiert und die müssen wir mal auslöschen. Und dann können wir uns neue Panzer freischalten, ne? Wollen wir mal hinfahren, oder was? Ich würd' sagen, lass doch mal dritt mal hinlösen. Deswegen, komm, Abfahrt. Okay, let's go, let's go. Boom. Oh, Angriff. Angriff. Okay, wir kriegen anscheinend, ich seh's gerade, wir kriegen gerade jedes Mal Münzen, wenn wir Sachen kaputt machen. So, hier haben wir... Oh, ich hab' auf dich geschossen, aus der See. Da vorne ist ein Panzer, Kaspar. Oh. Das siehst du denn? Okay, Angriff, komm. Du kannst auch... Kavallerie. Ja, ja, auf ihn. Oh, ich wird geschossen. Auf mich wird geschossen von hier. Achtung, Achtung, im Turm, im Turm. Oh, Alter. Und... Der hat der Komplexe erlebt. Bam. Genau, man muss ihn zerschießen. Zerschießen ihn. Das ist auf dem Turm hier. Jawohl, jetzt nochmal. Oh, Gott, da ist noch jemand im Turm. Oh. 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 Ich hab mir kurz Munition, ich hab mir kurz Munition geholt hier auf dem Lager. Den hab ich mit ihr... Oh, Gott, okay, 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 okay. Ich komm auch, ich komm auch nochmal ganz kurz Munition. Und dann kann ich sogar schon anscheinend, glaub ich, gleich mal einen Panzer upgraden. Ich kann auch hier im Squad einmal sogar... Oh. Du kannst hier einen Sniper auswählen. Wie? Wo geht das denn? Ach, Gott, hier? Jetzt fährt neben mir so ein Sniper rum, glaub ich. Ha! Ich hab hier nur so einen Officer frei. Oh, der ist neben mir. Ja, auf jeden. Ja? Komm, Officer. Warte mal, vielleicht können wir noch einen kaufen oder so. Ich hab hier schon 1700 Münzen. Pass auf, ich werd mal ganz kurz meinen Panzer nochmal reloaden. Ah, den 2000-Costly. Und dann kauf ich mir jetzt mal einen neuen Panzer. Bist du bereit für meinen neuen Panzer? Ja, ich bin bereit, zeig mal her hier. MK2, das ist jetzt der hier. Okay. Okay, würd ich doch mal fast sagen. Oh. Okay, komm, Boxo. Dann lass uns mal rübergehen. Ich kann sogar mit dem hier auch weit schießen. Und ich kann natürlich auch auf die... Ich auch, ja. Da im Turm, Kaspar. Oh. Im Turm. Oh Gott, schnell. Alter. Du kannst auch mit Kuh, wenn du Kuh drückst, kannst du auch zielen, ne? Genau, kann man so anvisieren. Und das Ding ist... Ah, okay, sind noch ein paar... Wir können uns sogar die Bäume von dir kaputt machen. Warte mal, können wir auch hier die Häuser... Ah, die Häuser kannst du auch kaputt machen. Ja, ja, genau. Die Häuser kannst du auch kaputt machen. Und ich hab jetzt gleich den Typen da vorne geholt. Ja. Okay, ich hab quasi... Hab ich deinen Panzer auch kaputt gemacht? Ja, ich hab deinen Panzer auch kaputt gemacht. So, Kaspar, bist du wie hier bei mir? Ja, ja, ich mach hier gerade die Häuser kaputt. Okay, sind noch mehr. Bam. Ich komm mal zu dir. Und bam. Bam. Okay, aber das Ding ist, wenn du halt auf die ganze Zeit raufschließt, du kriegst so viel Geld, ne? Huh. Oh mein Gott. Okay. Ey, hier ist gerade einer hinter mir gespawnt. Ey, das schießt schon voll doll auf mich hier. Hier steht jemand. Den muss ich mir holen. Den mach ich mal platt hier. Den hol ich mir gerade. So, hast du den geholt? Ey, weg da, den hab ich hier. Guck mal, den hier oben einfach so eine Stadt. Ah, Hilfe! Oh, ich seh's, ich seh's. Nein. Oh mein Gott. Ich hab keine Munition mehr. Und hinter uns sind welche. Kaspar. Ich rechne ihn an. Wuuuuh. Ich schieß auf die... Ich schieß auf die... Zack, 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 zack. Ich hab auch keine Muni mehr. Komm, 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 komm. Ja, okay, dann lass schnell respawnen, lass schnell nachladen. Ab nach hinten. Und, äh, wie viel Geld hast du jetzt gerade? Ich hab ja jetzt... 1.800 und du? Okay, ich kann mir... Ja, ich kann mir schon einen neuen Panzer kaufen. 2.200. Stimmt. Gerade so, ich hab noch 2 Dollar. Warte mal, ich mach hier noch kurz noch ein paar Sachen kaputt, dann hab ich vielleicht gleich genug. Ja, genau, mach ruhig noch ein bisschen was kaputt. Man kann sogar hier anscheinend so eine Skrotcrate, also man kann dann so Leute holen. Ach, dann für 2.000 und dann kannst du quasi... So, und putz. Ich hol mir jetzt, kann man den auch holen? Ja, was kann man sich dann auch so holen? Also man kann sich... Oh, okay, warte, ich muss den ganz kurz holen. Man kann sich halt so eine Skrotcrate kaufen, wo man dann quasi gegen... Also mit anderen Leuten quasi noch mehr angreifen kann. Ah. So, bam. Ui. Bam. Alter, der schießt ja... Alter. Der schießt schon ziemlich schnell. Der schießt richtig schnell. Der hat auch richtig schnell Munition. Der hat 37 Schuss. Ja, meiner auch. Alter. Okay, Angriff. Angriff. Alles zerstört von denen. Schnell. Attacke. 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 Oh, das gibt's so Geld grad. Alter, das ist... Oh Gott. Der ist ja neben mir gespawnt, hab ich gar nicht gesehen. So. Hier, komm, Nister. Oh, Alter, der ist ja nach einer Sekunde dauernd. Alter. Okay, wir müssen weiter nach vorne durchrücken, bevor der wieder respawn. Komm, wir rücken vor. Hier links, hier links, Soldat. Schnell. So, den haben wir noch. Den noch da oben. Zack. Oh Gott. Ey, lass mal hier das Tor kaputt machen. So, warte, ich hab den Fazit, ich hab den Fazit, ich hab den Fazit. Welches Tor? Sehr schön. Geht das Tor kaputt? Hier um, hier ist ein Tor. Okay, komm. Ja, es geht kaputt. Komm, das müssen wir frei bauen. Frei machen so. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, lange dauern, ne? Okay, warte mal, ich hau schon mal. Das dauert ein bisschen. Oh nein, keine Muni mehr. Die Häuser ein bisschen kaputt. Äh. So. Hast du noch Muni? Ich hab, ich weiß nicht, also man kann, ich weiß nicht, ob man sich woanders Muni kaufen kann. Ey, ich hab das Tor schon halb kaputt, Broxo. Komm ran. Ich komm mit. Ich komm mit. Jetzt geht es kaputt, jetzt. Komm. Ja. Okay. Ja, durchrechen. Jawohl. Oh Gott. Okay. Abfahrt. So, rein in die Stadt. Okay, den holen wir uns. Den holen wir uns. So, den haben wir. Oh mein Gott. Oh Gott, Lager. Oh. Feindliche Lager hier. Okay, mein Sniper so wie von mir am Start hier. Okay, warte. Zack. Zack. Ey, ich bin schon halb tot. Wie? Den muss ich mir holen, jetzt. Ich kriege gar kein Geld. Bam. Oh, hier ist doch so ein Geheimeingang. Oh. Die mach ich mal kurz fertig hier. Okay. So, das war's. Ich hab ihn geholt, ich hab ihn geholt. Ich hab nur sechs Munitionen. Warte mal. Ich kann ihn doch umfahren, glaub ich. Na, der hat den Besuch. Ich hab ihn umgefahren. Ich muss jetzt echt nachladen. Brox, ich muss nachladen. Ich überlebe das hier sonst nicht. Weg hier. Ja. Ich helfe dir, Kaspar. Oh, schön nachladen wieder. Ich hab nachladen. Ich hab erst mal so. Okay. Ich werde mir jetzt einfach mal. Ja. Ich glaub, ich werd mir jetzt hier einfach mal so noch einen Angestellten holen. So, ich hab jetzt. Oh, was hab ich bekommen? Oh, ich ziehe. Ein Minigunner. Ja, ich hab auch so ein. Okay. Ich weiß gar nicht. Ich hab jetzt zwei Leute neben mir. Und der bringt anscheinend acht DPS. Also ich glaub, mehr Kills oder so. Irgendwie sowas. Ja, das bringt meiner auch. Der Andy-Meiner bringt sogar zwölf DPS. Okay. Dann hast du einen richtig guten bekommen. Und ich glaube, hier bei deinen Quests steht noch, okay, ich muss noch ein paar mehr Soldaten holen. Ja. Dann kriegen wir auch wieder ordentlich Geld. Ich muss 40 Kisten zerstören, ja, das ist natürlich auch kein Problem. Das ist deine, das ist deine Mission? Mhm. Ja. Okay, pass auf, dann warte ich nochmal hier ganz kurz die Soldaten kaputt. So, zack. Ein Soldat. Hier die Kisten. Erste, so. Noch ein Soldat. Ha. So, den hab ich. Das Gute ist, man kann einfach alles umfahren. Ey, Alter, den einen, den ich hab mit der Minigun, der ist mega stark. Wieso? Der schießt einfach von allein so einen Panzer kaputt. Wie jetzt? Lol. Der macht hier einfach alleine, der macht alleine kaputt, der ist mega stark. Ja, ich hab 4.000 Dollar bekommen. Wieso das denn? Ja, dass ich jetzt alle Soldaten geholt hab. Ach, lol. So, den hab ich jetzt auch hier, sehr gut. Ich mach noch einmal Metzl hier. Oh Gott, ich geh lieber hier auf die Kiste als auf den Panzer. Bam. Okay. Jawohl, komm. Alles kaputt machen. Jo, hab ich. Ding ist, du musst auch so durch die Bäume zu fahren, das gibt auch nochmal riesig viel Geld. Ja, auf jeden, auf jeden. Sehe ich auch grad. So, zack, hier. Den hab ich. Aus dem Weg Bäume. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Auch weg mit dir. Oh Gott, ich bin hier grad so gut am Start. So, pass auf. Hey, da bist du. Den da vorne schnapp ich mir nochmal ganz kurz. Denn den da. Boah, ich wollte den da mal ein bisschen hier. An seiner Minigun oder so. Ah. So. Den da oben schnapp ich mir auch nochmal ganz kurz. Oh, schon wieder keine Muni mehr. Nein. Komm schon. Komm schon. Hast du noch Muni? Wie viel Muni hast du noch? Ich hab noch ein bisschen. Ich hab noch ein bisschen. Okay, okay. Hier, die beiden Kisten. So. Den schnapp ich mir auch nochmal ganz kurz. Jetzt zack, zack, zwei Mal schießen, haben wir auch eh sie geholt. Ey, das bringt viel mehr, wenn du einfach die Muni kaputt machst. Ja, wenn du kriegst richtig viel Geld, ne? Ja, ja, auf jeden. Wenn du einfach die Muni kaputt machst, wenn du einfach die Bäume und so kaputt machst, einfach da zurückfährst. Ja, auch die Kisten und so. Ja, oh komm, was warst du fein? Hä? So. Okay, warte, den schnapp ich mir auch nochmal ganz kurz. Okay. Oh Gott. Den hab ich mir auch noch geholt. Okay, okay. Komm schon. Oh Gott, ich muss zurück, ich muss zurück. Schnapp ihn dir. Ich bin auch nicht. Schnapp ihn dir. Okay. Okay, verdammt, ich muss auch zurück. Okay, ich muss auch zurück, ich hab auch keine Munition mehr. Zurück in die Base, zurück in die Base. So, dann, ich hab jetzt, oh, ich hab 10.000 Dollar. Wie das direkt 10.000? Ich hab jetzt gerade 10.000 Dollar. Okay, ich werde jetzt mal ganz kurz. Also, ich weiß nicht, wie es sich lohnt. Ja. Upgraden den Panzer, meinst du? Ich kann meinen Panzer einmal upgraden und dann könnte ich ihn nochmal theoretisch upgraden. Aber ich mobe jetzt erstmal. Du kannst auch größere Munition kaufen, ne? Und auch Boosts kannst du auch kaufen. Wo, 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 wo? Geh mal hier zum Shop und dann kannst du, wo du den Panzer kaufen kannst, kannst du oben auch Rüstung kaufen, ne? Und Munition, hier. Ah, okay, okay. Ich glaube, mach ich, ja, ich glaube, ich kaufe mir einen neuen Panzer, Brock, so. Hier. Das heißt, ich kaufe mal den jetzt an. Ich hab so einen ganz kleinen. Ich hab auch den, guck mal. Ah, den hast du auch. Cool. Und ich kaufe jetzt nochmal ganz kurz hier ein bestes Squad hier. Kaufen. Ja, schluss mal, Johan. Oh, ich hab einen Officer bekommen. Oh, Mann. Okay, und ich ziehe einen. Was ziehe ich jetzt noch hier? Komm, 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 komm. Oh, mein Gott. Oh, ich auch. Ich hab nochmal einen Officer bekommen. Das ist doch unglaublich. Ich krieg zwei Officer. Der ist doch selten oder nicht der Officer? Der Officer ist nicht so gut. Oh, Mann. Ich kann mir den. Oh, das war. Der ist gar nicht gut, stimmt. Ach, toll. Alle haben nur 8 DPS. Okay, ich muss den leider verkaufen, weil ich hab keinen Platz mehr für den. Boom. Okay, man braucht also nur zwei Schüsse. Aber das Ding ist es trotzdem doof, dass er nur so wenig hat, ne? Ich glaub, ich rüste gleich mal auf und werde einfach mal, auf ganz entspannt, mir einfach so ein Upgrade holen, dass ich mehr Munition habe. Das wär nicht schlecht, ne? Aber ich hab's grad schon gemacht, also das Ding ist, meine Leute bringen sogar ganz viel, glaub ich. So, hier, komm. Ich muss einmal durchfahren. Durch, alle durchfahren. Yeah. Yeah. Das Officer ist im Weg und noch platt machen. Wir machen die alle platt. Okay, sehr schön. So, komm. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Vorne sind noch ein paar. Ich schnapp mich auch ein paar Anomar. Ich dachte, da sind wieder welche. Sehr schön, hier. Die werden kaputt gemacht. Gut. So, umfahren hier den Typen, umfahren. Ey, das macht so viel Spaß, ne? So, den haben wir auch noch geholt, hier. Also hier der Hof einfach wieder, ne? Zack, komm. Oh, mein Gott. So, zwei Schuss hab ich noch. Oh, Gott, ich fahr die grad so alle platt hier, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich fahr die so alle platt. So, komm. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab keine Munition mehr. Okay, ich hab so ein Nitro, ne? Ich hab so ein Nitro-Boost. Wo hast du den denn her? Den hab ich mir mal geholt, irgendwann. Ich weiß auch nicht, wer war denn. Okay, ich muss einfach ganz was reloaden. Dann schnapp ich mir, glaub ich, neun Panzer. Ich find den jetzt nicht so cool. Ne, der ist nicht so krass. Aber was kostet denn der? Ich seh grad, ich hab 16.000. Warum machst du so viel? Weiß ich auch nicht. Vielleicht hab ich die Quest jetzt fertig? Ich guck mal. Warte mal, ich brauch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Geld. Ich brauch halt 6.000, ne? Das ist halt das Ding. Ah, okay, ich hab die Quest fertig. 400 oder so. So, bam. Okay. Ich würd sagen, ich hol mir mal neun Panzer hier. Und der hat auch wieder 20 Schuss im Magazin. Sehr gut. Warte mal, ich kenn die mir rein theoretisch auch. Oh mein Gott. Wie ich den umfahre hier. Ich glaube. So. Ich hab 6.000. Ich hol mir neun Panzer. Machst du das auch, oder was? Ja, ich hol mir auch. Ja, ich hab mir sogar schon nochmal einen neuen geholt. Der macht 90 Damage. Wie, du hast noch einen weiteren geholt? Ja, ich hab noch einen weiteren geholt. Du hast einen T-70? Ja. Alter. 90.000, ich sag's dir. Und der macht sogar, der hat sogar 40 Schuss im Magazin von alleine. Ja. Und macht auch einfach 90 Damage. Obwohl, meiner ist auch ganz schön heftig, ne? Das Ding ist so stark, ne? Mal gucken, wie schnell ich jetzt so ein Panzer runter... Bam, okay. Und? Also den hab ich auf jeden Fall ganz schnell geholt. Den hab ich auch. Den noch, zack. Oh Gott. Oh, Mini, gell da los. Alter, ich muss auf jeden Fall noch die Kisten mitnehmen, die Kisten kaputt machen. Ja, ich muss auch mal Soldaten holen. Hast du die Quest, die mit den Kisten? Ne, ne. Ich hab aber wieder, dass ich Soldaten holen muss. Was hast du für eine Quest? Soldaten, okay, okay. Ja, ich mach' ich mal flat. So. Aus dem Weg hier. Aus dem Weg. Oh mein Gott. Ey, zwei Schuss brauch ich für den Soldaten. Was brauchst du? Oh mein Gott. Zwei Schuss nur für so einen Soldaten, dann hab ich den. Komm, schieß mal mit aufs Tor hier. Komm, ein Schuss. Komm, ein Schuss. Du brauchst nur einen Schuss? Ja, ich bin Profi. So, Abfahrt, durch geht's. Oh mein Gott, sehr schön, sehr schön. Okay, ich brauch' die Soldaten. Oh mein Gott. Kann ich das Gebäude jetzt zerstören? Ne, okay, es geht nicht. Ey, der spawnt hier direkt vor meinen Augen. Hier, Vorsicht, der schießt auf dich. Ah, der spawnt auch vor meinen Augen. Ich hatte dich. Ah. Ich hab' ihn, ich hab' ihn. Okay. Oh mein Gott, feindlicher Panzer. Brox, pass auf, du bist fast tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, du geh gleich. Oh mein Gott. Okay, den hab' ich. Umfahren. Ich hab' ihn umgefahren. Ey, ich halte richtig viel aus. Umfahren. Hier, die Kisten noch mitnehmen. Ha. Wie ich die alle hole. Wie ich die alle hole. So, komm, den noch, den noch. Ich muss jetzt noch ein paar Mal umfahren hier. Jawohl. Hab' ich auch noch geholt hier. Muss ich auch noch holen. Ich brauch' auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich krieg' auf jeden Fall grad wieder ein bisschen mehr Leben. Oh, mein, äh, generiert ein Leben, ne? Ey, hier spawnt ein Panzer direkt wieder. Oh mein Gott, der ist so schnell down. So. Oh mein Gott. Ist hier vorne noch irgendwo einer? Das Ding ist, denk' an die Kisten, ne? Wenn man die Kisten holt, krieg' ich auch so viel Geld, ne? So, zack. Oh Gott, hier sind wieder neue gespawnt. Ich zieh' durch. Jawohl. Ich geh' noch ein bisschen wieder. Ich geh' ein bisschen zurück. Ich muss auch noch ein bisschen zurückgehen wieder. So. Gut, die fahr' ich mal hier kurz. So. Jetzt machen wir richtig Spawn-Trappen hier gerade. Ich sag's dir. Hier, den hier, komm. Das war's mit dir, mein Lieber. Okay, den hab' ich auch jetzt wieder gut, glaub' ich. Das war, glaub' ich, ging auf meine Kappe. Oh, nächste. Ne, 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 ne. So, ich glaub', ich sollte mir gleich mal upgraden. Ich weiß nicht genau, was der nächste Panzer kostet. Okay, da vorne auf jeden Fall einer. Hier, das war's auch mit dir. Und BAM! Ja, den hab' ich auch noch mal geholt. Jetzt den hier oben. Ich bin komplett... Nein, ich hab' keine Munition mehr. Die Bäume zieh' noch mal weg. Ich hab' keine Munition mehr. Ich hab' die ganze Zeit schon keine Munition mehr. Ich zieh' trotzdem durch. Okay, okay, warte mal. Jetzt hab' ich auch einen Panzer vor mir. Okay, ich muss einfach ganz kurz reloaden. Drei, Leute. Hier hol' ich mir noch mal kurz hier. So, ich hab' jetzt geroadet. Ich kann uns auch noch einen Panzer kaufen. Die hab' ich, die hab' ich. Ich glaub', ich sollte mir gleich noch mal einen neuen Angestellten holen. T, man hat auch Perks. Wieder Perks. Achso, Nitro. Okay, seh' ich jetzt gerade. Das hab' ich, das hab' ich. Okay, dann kann man... I'm Rebirth, so'n Repair-Kit. Okay, ich komm' auch mal nach Hause. So. Wie viel Geld hast du gerade? Ich muss jetzt fünf Häuser zerstören. Also, ich hab' jetzt gerade 1.000. Ich muss jetzt ganz kurz... Okay. Hast du jetzt auch schon einen guten Panzer eigentlich? Ja, ja. Hast du einen 40 Schuss? Okay, okay. Ja, ich hab' den guten Panzer jetzt gerade. So, das muss ich die Häuser zerstören. Oh, ich hab' immer einen seltenen gezogen. Wie, du hast ihn selten gezogen? Bei dem deinem Squad. Was? RPG 18 DPS. Oh mein Gott. Du bist so ein Lacker. Jaaaa. Du bist so ein Lacker. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wichtig. Das ist das Beste vor dem Humvee. So, ich hab' jetzt fast alle Häuser durchgestört. Oh mein Gott. Und was wird's? Ohne? Nein, der blöde Officer. Der kann wegkommen verkaufen. Komm. Ihr muss sich schnappen. Der bringt nichts. Ein paar Leute noch hier holen. Auf sie mit Gebrüll. Ja, das muss ich auch mal ein paar Leute holen noch. Auf sie. Hast du das für eine Mission? Bam. Und ich glaub' ich hab' jetzt grad ein bisschen mehr Geld bekommen. Ich weiß grad gar nicht. Was war's mit dir? So, ja. Ich hab' die Mission erledigt. So, was ist denn meine nächste Quest? Ja. Ich hab' jetzt auch wieder erledigt. Das heißt, ich reloade ganz kurz. Und dann... Okay, komm' ich auch mal hin. Was hab' ich jetzt hier? Meine nächste Quest wäre... Ich guck' auch mal. Na. Sechshäuser zerstören. Ah, das war verlangt. 45 Bäume. Oh mein Gott, dafür krieg' ich fast 10.000. Oh mein Gott, dafür krieg' ich fast 10.000. Siebenhalbtausend. Versorg' ich hab' jetzt auch noch mal ganz kurz. Ja. Und kaufen. Oh, ich hab' das seltenste. Den Hammer. Nein. Oh mein Gott, nein. Jawohl. Kann nicht sein, sag' mal. Jawohl. Alter, den Hammer zieht. Der hat 24 DPS. Alter, das kann nicht sein, ne? Ich muss noch mal mein Glück versuchen. Kommt noch mal. Und noch ein Sniper. Na gut. Ey, warte mal. Wenn du so viel Glück hast, ich muss auch noch mal kurz drüber fahren. Dann guck' ich mir auch noch mal kurz sein. Ich muss den ganz kurz verkaufen hier. So, verkaufen. Dann kaufe ich mir noch. Wir haben, wir haben, wir haben hier. Ach man, ey. So'n Schützen. Ich hab' auch wieder so'n Schützen bekommen. Mal gucken, was kann der jetzt? Was kann überhaupt der Schütze? Der kann... Der kann gar nichts. Der hat übel wenig DPS nur. Ja, stimmt. Der kann echt nicht so viel. Na gut. Dann geht's auf jeden Fall weiter. Ich muss jetzt sechs Häuser zerstören. Erst geht weiter. Ich muss Bäume zerstören. 40 Stück, ne? Das dauert natürlich ein bisschen. Jo, das dauert auf jeden Fall. Da hast du recht. Das dauert auch ein bisschen. Oh Gott. So, aus dem Weg. Ich... Ey, sag' mal. Okay. Ey, mein Hammer ist so gut, ne? Ha! Mein Hammer. Mein Hammer ist so gut unterwegs. Und zieh's ihn. So. Auf ihn! Aus dem Weg jetzt hier. Oh Gott. So. Zack. Das Haus kaputt machten. Wie dann brauchst du für so'n Panzer? Was meinst du? Wie dann brauchst du für so'n Panzer? Bis du den zerstört hast? Oha, Boost! Ein bisschen. Die sind eigentlich relativ schnell weg. Muss ich sagen. So. Hier nochmal ganz kurz zerstören. Wow! Oh Gott! Ne? Ja, 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 ja. Das passt, das passt, das passt, das passt. Das passt. Die Panzer gehen mit meinem Hammer halt auch noch so schnell drauf, ne? Das ist so unnormal. Alter. Also ich brauch für so'n Panzer, für so'n feindlichen, brauche ich schon noch so'n paar Schuss, ne? Schon so viel für'n Schuss brauche ich noch. Bam, 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 bam. Hier. Bam, 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 bam. Okay. Den Baum habe ich auch. Ich werde mal wieder den Boost aktivieren, den kann ich noch gar nicht. Okay. Hier den Baum, den Baum. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch umstürzen muss jetzt. Hier. So. Die habe ich. Den habe ich auch. Und der, das war's auch mit dir. So. Bam! Alter, ich bin so gut unterwegs, ne? Das kann ich dir nicht vorstellen. Oh mein Gott, denn das Nitro braucht ja richtig lang. Ich kann dir das Nitro nur empfehlen, ne? Dann bist du richtig schnell für ne kurze Zeit. Ja, Nitro habe ich, Nitro habe ich. So. Das ist auch schon, sehr schön, sehr schön. Aber benutze ich aber irgendwie noch gar nicht. Oh Gott. Ich bin hier auf zwei Rädern gefahren gerade. Nee, nee. Oh, hinten ist ein Panzer. Den muss ich holen. Kann man Hammer den? Okay, Mann, haben wir es. Respawn. So. Hier. Boom. 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 Bam, Alter. Das geht hier so heftig ab, ne? Ey, ich will hier raus. Ich will hier raus. Wieso, wieso? Ich bin hier eingekerkert. Wo bist du? In der Stadt. So. Erstmal Tor kaputt gemacht hier. So, ich muss noch mehr Häuser kaputt machen. Oh, ich habe keine Munition mehr. So, auf die Häuser einfach. Ich bin hier gerade fest. Wenn ich die Häuser fertig habe, dann hole ich mir direkt wieder neue Munition hier. Bam. Nächster Baum. Ich glaube, ein Haus brauche ich noch. Ich weiß gar nicht, wo sieht man jetzt gerade, wie viel man noch braucht? Ja. So, ich weiß gar nicht. Ich habe es auf jeden Fall so geschätzt. Okay. Jetzt habe ich wieder eine neue Quest und da muss ich 55 Bäume. Boah. Oh Gott, oh Gott. Was kriegst du da für 8.000? Äh, 9.000. 9.000. Sag mal, gar nicht verkehrt. Mein Panzer upgraden, das kostet 16.000. Okay, so. Der hat dann auch 120 Damage. Das heißt, darauf spare ich noch mal ganz kurz. Okay, also ich glaube, ich sage mal so, den neuen Panzerbox, ich glaube, den gönne ich mir mal für 16.000. Für 16.000 holst du den jetzt? Mhm. Ja, ich glaube ja. Ist der so heftig? Ich sag mal, man muss mal, ich werde mir einfach mal holen. 120 Damage. So, das Ding ist drin. Das ist voll heftig. Ich habe eine neue Welt freigeschaltet. Wie das? Ich habe jetzt den Winterkampf. Oh mein Gott. Was? Das heißt, wir können, du musst den auch gleich holen und dann können wir zusammen in die Winterwelt gehen. Oh, das klingt echt heftig, das machen wir. Oh mein Gott, da gibt es so neue Stadt. Wie viel Geld hast du gerade? Mir fehlen noch 2.000, dann kann ich mir quasi den neuen Panzer kaufen. Okay, okay. Vielleicht kann ich mir auch hier nochmal ein cooles Upgrade holen. Was ist denn das? Und ich kann ja, ich hänge fest, so. Und Attacke, Attacke, Attacke. Oh mein Gott, ich den Bäumen alle umfahre. Die Bäume umzufahren ist halt so entspannt, ne? Ich sag dir, was ist denn meine Mission gerade? 20 Soldaten holen. So, die hole ich mir auch mal ganz kurz. Ein paar Bäume kann ich mir auch noch ganz kurz holen. Oh, unser nächster. Gut, das war's mit dir. Du wirst drauf gehen. So, das waren schon mal zwei. Dann jetzt den hier habe ich. Warte auf, ich muss nochmal ganz kurz da vorne. Ja. Hier den Panzer, das Haus holen. Ich muss eigentlich nur die ganze Zeit Bäume umfahren, ne? So, den habe ich. Ach so, ja gut, dann macht doch das. Das ist halt voll entspannt. Aber hier habe ich jetzt sogar schon 18.000, das heißt, ich kann mir jetzt den Panzer leisten. Ich gehe jetzt gleich zurück, weil man Munition leer ist. Ja, ja, mach mal. Und dann geht es richtig Ramazamba. So, ey, das... Da bist du ja. Ah. Alter. So, Bäume. Bäume. Muss auch noch Bäume. Ne, ne, ich brauche Soldaten. Aber, oh Gott, hier sind gerade wieder richtig gespawnt. Sag mal, guck dich doch mal um. Was denn? Der schießt die ganze Zeit auf dich. Rette dich hier vor dir. Ich habe doch voll Leben. Was ist los? Wir haben einen starken Panzer. Ja, aber trotzdem. Musst du doch trotzdem dich auf dich schießen lassen. Mein Panzer ist stark. Ja, meiner auch. So, ich glaube, ich fahr jetzt hier schon wieder zurück, hier. So. Ja, lass mal machen. So. Okay, wir sind wieder auf der sicheren Insel. Und? Und jetzt, pass auf, mal gucken. Also, ich habe fast die 552 Bäume geholt. Und ich kann jetzt quasi... Erstmal muss ich ganz kurz das Ding reloaden. Und dann kaufe ich mir mal den neuen Panzer. Ja. Ich habe es nämlich gerade 19.000. Oh mein Gott. Und der kostet 16.000. Jetzt habe ich den gekauft. So, dann lass mal. Ja, und jetzt, komm mit, komm mit. Wir müssen hier hin. Ja. Wir müssen hier hin. Und dann können wir quasi... Und jetzt gehen wir da hin. Ja. Okay. Und... Oh mein Gott. Das hat das für die Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch einfach gerne ein Like und Abo da. Check eins in meinem Messi aus. Einfach draufklicken. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und Leute, Part 2 kommt morgen. Ciao, ciao.